und willkommen zu meinem freitags video ich dachte anlässlich dessen das gerade fasching ist erzähle ich euch mal so meine erfahrungen mit fasching und wie ich damit umgehe oder besser gesagt drum rum ja es klingt vielleicht komisch ist aber so ich bin überhaupt kein faschings mensch im gegenteil ich muss sagen wir machen diese ganzen dieser ganze tram damm und dieses ganze übertrete und dieser lärm machen mir echt und vor allem auch die masken machen mir richtig zu schaffen ich muss zugeben mit den masken habe ich in erster linie mitunter das größte problem weil ich dann irgendwie überhaupt nicht mehr die augen der leute sehe oder die gesichtszüge damit ich grob raten kann was der andere gerade so also wie die stimmung bei ihm ist aber gut gelaunt ist oder schlecht gelaunt ist und auch dieses diese ganzen kostüme finde ich irgendwie sehr verwirrend weil sie für mich die individualität und die persönlichkeit ein wenig verstecken und mir fällt ja eh schon schwer die leute wieder zu erkennen und dann in diesen kostümen weiß ich überhaupt nicht mehr wer die leute sind und es ist wirklich schwierig und dieser ganze lärm ist natürlich auch nicht meins das käme ich auch zu und ja diese ganze dieses konfetti zeug oh gott ich bin echt kein fan von von diesem alles mögliche in die luft schmeißen da kommt mir immer vor wie jemand der wie die bauern die gerade die hühner füttern natürlich mag ich es auch nicht weil es sozusagen der winter vertrieben wird und ich ja eher der typ mensch bin ich freue mich immer riesig auf den winter und genieße jede stunde des winters in vollen zügen und da finde ich natürlich nicht so lustig wenn man den winter versucht zu vertreiben weil die sonne im sommer die schadet mir ja mehr oder weniger immer ja ja eben ich damit also umgegangen früher zu meiner schul- und kindergartenzeit habe ich immer wenn fasching war einfach an dem tag wo die kinder von der schule befreit wurden gesagt gut da da eh kein unterricht ist oder auch nichts anderes ähm dass ich da besser nicht hingehe weil es einfach nicht mein ding war oder weil ich es einfach nicht richtig angst vor den masken teilweise hatte und ja dann ähm gab es da aber diese geschichte ui ähm wo ich bis heute sagen muss ähm die schule war sehr unsensibel im zusammenhang mit mir und die war auch wirklich sehr unaufmerksam es war meine erste schule bei einer zeit in der ich je war und da habe ich eben erzählt da haben meine mutter und ich eben erzählt dass ich eben die masken nicht mag und dass ich da an diesem tag lieber zuhause bleiben möchte und alles und dann hat mir aber meine lehrerin damals ähm mich dazu gezwungen in anführungszeichen also es hat mir nicht körperlich weh getan oder so aber es hat mich es hat wirklich so dieses muss kommen ding ähm gebracht und hat dann zu mir gesagt also ich muss an diesem tag anwesend sein und ähm da gibt es auch kein hin und her und auch keine diskussion aber ich kann dann ja in einem kleinen separierten zimmer sein äh bis heute denke ich mir wenn ich mein leben noch einmal leben könnte ich würde auf jeden fall sagen ich gehe nicht dahin weil es halt ist dann folgendes passiert ähm die man also kurz bevor die maske gekommen sind bin ich in dieses ins leere zimmer gebracht worden wo ich dann eben über diese zeit sein sollte und dann ähm ja dann bin ich da gesessen und habe eigentlich ähm friedlich halb friedlich eher angespannt ähm eben mit meiner lehrerin ein längeres gespräch geführt die hat dann irgendwann gesagt es wäre vielleicht eine gute idee die masken reinzuholen und damit ich sie mal so sehen kann und vielleicht nur so ein zwei oh Gott ich weiß bis also ich bin wirklich bis heute in diesem zusammenhang ein ganz klein wenig ähm man könnte schon fast sagen böse aber auch wieder nicht es ist mir eigentlich über die jahre dann eher so als eine anekdote geworden aber damals hat es mich wirklich furchtbar aufgeregt weil dann wurde die ähm Tür eben aufgemacht eine maske kam rein es ging noch reinigermaßen ähm diese maske hat dann für mich sogar die maske abgesetzt ich weiß bis heute nicht wer die person war aber auch bin froh drum dass sie abgesetzt hat ich habe wirklich das erste mal überhaupt in meinem leben so richtig verstanden dass da leute drunter sind vor kurzem moment also so im bewusstsein und dann wie aus dem nichts sind da glaube ich drei vier weitere reingerannt gekommen und die haben mich zu tode erschreckt damals ich bin dann wirklich schreiend in diesem zimmer gestanden und ich habe wirklich glaube ich fast zwei stunden durchgeschrien ohne pause weil ich wirklich nur noch solche Panik gekriegt habe vor diesen ganzen masken und diesem ganzen ding ich habe dann auch um ehrlich zu sein wirklich mit allem was mir in die ende gekommen ist geschmissen hauptsache weg mit denen ich war wirklich ich war da vollkommen außer mir und ja seitdem gehe ich den masken tendenziell eher aus dem weg dann irgendwann dann irgendwann habe ich wie gesagt eben mich heute dann mal dazu entschieden man sollte vielleicht wenn ich ich habe heute so eine situation wo ich nicht um die masken rumkomme ich bräuchte dringend noch ein paar sachen zum backen weil ich möchte gerne morgen leckern kuchen backen aber mir fehlt eben noch so ein paar sachen und das sind jetzt solche sachen wo ich nicht einfach schreiben kann ja zucker und weil es ist so ein ganz besonderer zucker und ich jetzt auch nicht gerade die genaue beschreibung weiß also ich kann es auch gerade niemandem leider schicken das heißt dass ich jetzt auf jeden fall dieses jahr mit mit all der angst und all der sorge raus muss und ja da habe ich mich dann entschieden oder besser gesagt habe ich jetzt das riesenglück könnte man auch so sagen dass mein vater mir gesagt hat dass er mit mir raus geht und das hat mir schon immer geholfen weil ja dem konnte ich die hand so quetschen wie ich wollte und alles und der ist einfach da gewesen und hat mir immer so ein so ein rückhalt gegeben wie kaum was anderes und da bin ich richtig froh dass mein vater mit mir dann wahrscheinlich morgen vielleicht auch noch heute abend das wird man sehen mit mir zusammen raus geht und diese Sachen besorgt damit damit ich dann mein backen backen kann ja das kriege ich schon gebacken aber ich kann natürlich ich weiß nicht ob das anderen aspergern auch so geht aber ich kann ja nur von meiner erfahrung erzählen ich weiß sonst eigentlich gar keinen grund warum ich angst vor diesen masken haben sollte als einfach dass ich dann überhaupt gar keinen anhaltspunkt mehr habe wer da vor mir steht wie seine also rein von der von der gestik vom gesicht her ich erkenne ja eh schon so gut wie nix eigentlich gar nix aber wenigstens diese grundzüge von ich bin böse oder ich bin gut gelaunt die erkenne ich und wenn da jemand unter der maske ist dann sehe ich ja gar nichts mehr und das ist so eine sache die mir sehr viel angst macht weil ich dann einfach nicht einschätzen kann ähm habe ich jetzt irgendwas gesagt was ihn verletzt habe ich jetzt irgendwas getan was irgendwie oder gibt es jetzt gleich riesenärger oder wie auch immer und ja deswegen mache ich mir persönlich Sorgen diesbezüglich und naja ich würde mich also ich weiß auf jeden Fall dass es meinem Freund Theo auch so geht mit dem habe ich heute darüber geredet durch Zufall eher und der hat mir dann auch erzählt dass er extreme Probleme damit hat diese Masken zu ertragen oder besser gesagt dieses die Menschen wenn die Menschen für dich alle gleich aussehen und du nur so kleine Anhaltspunkte hast was Unterschiede ausmacht sowas wie ähm ja unser Telefon schon wieder ähm bei meiner Mutter schon immer wieder viel los wie es scheint ähm wenn du nur so kleine Anhaltspunkte hast wie die Frisur oder auch wenn es viele Leute diese ähnliche Frisur tragen oder sowas wie ähm die Augenbrauen oder die Nase oder solche Kleinigkeiten an denen du einen wenigen Unterschied machst es sind nicht viele aber einen ganz kleinen Unterschied und die dann unter einer Maske verschwinden oder unter Schminke oder unter diesem Kostüm dann fällt dir das extrem schwer die Leute einfach zu erkennen und das ist etwas beunruhigend wenn du eh schon niemanden erkennst und in einer Welt voller fremder Gesichter wisch oder besser gesagt in einer Welt voller fremder grau braun grau braunen klotz klöpzen für mich sind die meisten Leute irgendwie wie große braun graue klopse weil ich erkenne kein Gesicht ich erkenne keinen großen Unterschied und ja das macht es einem irgendwie nicht einfach aber darauf gehe ich dann mal irgendwann anders ein genauer ob das Thema Leute wiedererkennen und sowas ich wollte euch einfach nur mal informieren was heute so bei mir los ist ich erzähle euch jetzt noch was ich wahrscheinlich heute mache ich spiele jetzt gerade die Sims wobei mir einfällt herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Sims zum 16 ähm Sims hat heute Geburtstag das Spiel gibt es jetzt heute seit 16 Jahren ja Glückwunsch an der Stelle ähm ich werde auch weiterhin Sims spielen ja ähm ich ähm werde wahrscheinlich noch mit meinem Hasen Zeit verbringen ich drehe wahrscheinlich heute einen kleinen Block den ich dann irgendwann die Tage schneide könnte jetzt ähm weiß halt noch nicht wann aber auf jeden Fall plane ich so Kleinigkeiten ich werde euch auf jeden Fall wie beim letzten Blog wieder mal über ein paar Tage mitnehmen und dann werde ich vielleicht heute noch ein bisschen Zeit mit meinem großen Bruder verbringen der hat heute Prüfungen gehabt drücke ich auch die Daumen dass sie gut sind obwohl ich natürlich fest davon ausgehe immerhin ist er mein großer Bruder und der hat auch viel und fleißig gelernt also man kann sagen was man will ja trotzdem drücke ich ihm natürlich die Daumen und sonst hätte ich wahrscheinlich heute eher irgendwann vielleicht noch zum Einkaufen gehen wie gesagt wenn Fatih ähm wenn Fatih heute kann wenn Fatih heute nicht kann gehe ich dann eher morgen und sonst ähm versuche ich heute einfach bloß etwas noch zu also etwas Zeit verbringen Film gucken das Übliche halt ja das war's ähm wenn ihr mögt zählen wir uns am Mittwoch wieder ihr könnt mir gerne Fragen schreiben oder wenn ihr auch ein Asperger seid schreibt mir in die Kommentare ob es euch auch so schwer fällt mit dem Fasching das würde mich echt interessieren ähm mein größter Tipp den ich jedem anderen Asperger geben kann ist such dir jemanden der dich begleitet der dir sozusagen etwas die Sorge nimmt und etwas dieses 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 ähm ja ich kann es nicht anders nennen aber dieses Flürrige dieses Flürren das man dann hat und ähm wenn du da niemanden findest dann deck über den Kopf und einfach nicht aufstehen haha das habe ich jahrelang geklärt und werde es wahrscheinlich auch dieses Jahr versuchen zu klären ähm das einzig Gute was mir am Fasching immer einfällt sind kratzen die sind lecker ja ähm gut dann ja wenn ihr mögt schreibt mir gerne was wie gesagt in die Kommentare ihr könnt mich aber auch auf Facebook auf der Ella Bella Floh oder eben auch gerne E-Mail das wäre die ähm bell.riedmeier.outlook.com wobei man Riedmeier mit wie das Ried und Meier mit Y schreibt so wachse Mama haha und ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter schreiben würde mich einfach alles würde mich alles freuen wenn ihr mir ein Abo hinterlassen würdet Ich fände es auch cool und ein Daumen hoch schadet auch nicht. Also dann, wir sehen uns am Mittwoch. Tschö!